Hallo, kurzes Video zum Ausbau der Rückbank eines Golfiers. Was auch sonst. Los geht's. Hier ziehen, kommt die Sitzbank nach vorne. Klappen, dann kann man die aushängen. Und das war's schon von der Sitzbank. Die Rücklehne oben aufmachen, zum Klappen, umklappen, dann geht's weiter. Hier ist ein Stift. Den muss man wegdrücken. Ich versuche es zu filmen. Kann man es sehen. Ich denke schon, das wegdrücken und die Sitzlehne hochziehen dabei. Sitzlehne ist hochgezogen. Und dann einfach nur noch von dem Pin, wo es drüber steckt, rausziehen. Andere Seite. Andere Seite. Ausbau der Golfier Rückbank. Ciao.